So, weil da ist ja auch ein Gitter. Ich weiß nur nicht, was das Gitter da bringt. Ups. Bringt das was, wenn ich das da hier... Ja, okay, der wird verrückt danach. Super. Welche mörderische Leistung von mir. Wo rennt der jetzt hin? Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin überfragt, meine lieben Freunde. Ich bin vollkommen überfragt. Überfragt. Wir müssen den Fluro... Ah. Ich hab eine Idee. Oh ja, und ich hab eine Idee, meine lieben Freunde. Ich hab eine großartig... Groß, super, mega, tolle, super Floro-Idee. Wuhu. Wir haben nur kaum noch grünes Clipper-Zeug. Wir brauchen erstmal grünes Clipper-Zeug. So, ich saug's mal weg. Wir holen uns neues grünes Clipper-Zeug. Nämlich alles, danke, danke. Vielen Dank, ja. Mhm, mhm, mhm. Wie groß kann das Planschbecken hier werden? Nicht so groß. Machen wir uns einen neuen Fluro? Ich habe jetzt die Idee. So, und setzen. Oh, nee, nicht auf die Seite. Obwohl, doch, das könnte... Erstmal hier so in die Ecken setzen. Bisschen Licht. Machen wir das Licht hier aus. Oh, dass das stirbt. Mann! So, dann machen wir halt direkt das Licht aus. Dann... rennt er da bestimmt hin. Genau. So, was habe ich mir schon gedacht? Nicht sterben, nicht sterben. So, wir machen da mal viel hin. Dass der ja nicht uns kaputt geht. Nein. So, der muss uns jetzt hier... kaputt gehen. So, wir machen uns schon mal hier... einen... Trinkerfluro. Nein. Komm, ein Stück weiter rüber. Ähm. So, okay, alles klar. Wir müssen jetzt jetzt nur noch einen Trinkerfluro erschaffen. Den da runterschießen. Und jetzt sollte er... dort hinten zu dem Wasser rennen und uns die Tür öffnen. Und... Ja! Wuhu! Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Ein sehr... veransprochenes Rätsel. Oh. Ein Lava. Aua. Aua. So, wir lassen das erst mal ein bisschen abkühlen. Abkühlen. So. Alles klar, das Ding läuft wieder. So, jetzt müssen wir da wieder und dort durchkommen. Und los. Aua. 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 Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wuhu! We are the best like best. Und the best of the best, best, best. Wie auch immer. Oder vielleicht auch asbest. So, jetzt hier runter geht es irgendwo hin. Wuhu! Moment. Ne, ne, ne. Wir gehen nochmal zu den Rätseln zurück. Oh, das hat mir ja geschafft. Das ist auch noch geschafft. Oder? Ah, das haben wir noch geschafft. Gut. So, wir wollten ja noch nicht da runter hier. Also, glaube ich zumindest nicht, dass wir da runter wollten. Wir gucken einfach mal, was hier drüben ist. Ach, da geht es gar nicht weiter. Also doch, wir müssen da runter. Oh, toll. Völlig umsonst ein Ladebildschirm mehr. So rum. Ich weiß nicht, ob wir das an- oder ausmachen müssen. Oh. Grüne Klipper, grüne Klipper. Die werden hier direkt weggesaugt. Oh, kann ich auch weggesaugt werden? Nö. Schade. Gut. Eine sehr lustig aussehende Maschine ist das. Ein Loch. Was sind das da für Clippers? Die machen mir Angst. Ach, die sind genau andersrum. Die haben Angst vor Dunkelheit. Ja, komm ich hier nicht hoch. Ah, jetzt. Da oben ist was. Los. Hat sich irgendwas gebracht? Nee, nicht wirklich. Hm. Verwirrung macht sich schon wieder bei mir breit. Was haben wir denn hier noch überall? Ein angsthabender Flurro. Und wir sterben. Zack. Aufgeschlitzt von Steinen. Stopp. Falsch. Oh mein Gott. Ist das Wasser? Das Licht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine sehr lustige, eine sehr lustige Flurroart. Also muss ich wirklich sagen. Das bringt ja anscheinend nichts, da hoch rein zu spritzen. Nehmen wir mal überall hier ein bisschen Licht. So ein bisschen Frost vor Licht. Nein. Ach, schon wieder. Da ist doch immer noch dieses blöde Loch. Oh. Verdammt. Das haben die Spieleentwickler nur reingemacht, um mich zu ärgern. Das weiß ich. Hier ist überall Licht, meine lieben Freunde. Was sollt ihr nur tun? Licht. So, was jetzt? Hier ist immer noch überall Licht. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Ach. So ist das. So ist das. Aua. Nein. So nicht. Wir müssen da eins nach oben. Wir treiben die jetzt. Bis zu dem Schalter da hinten. Ich hab nichts mehr. Nein. Komm, gib mir mal das Zeug hier runter. Los. Gib mir. Mehr. 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 Okay, wir müssen hier mal alles voll spritzen. Nochmal. Ich weiß zwar noch nicht, was es bringt, aber irgendwas wird uns das bringen. Nein, ich hab'n tot gemacht. Nein. Wir machen uns einfach auch selbst nochmal tot. Weil das möchte ich jetzt schaffen. Also, wie ihr habt gesehen, die Dinger springen da hoch und es bringt auch irgendwas, dass sie da hoch springen. So, wir spritzen hier alles voll, auch wenn es nur kleine Kühlschins sind. Nehmen wir uns nochmal ein bisschen was hier mit. Komm, rennt meine lieben Freunde, rennt. Hier ist alles voll erlischt. Boah. Alles klar. Wir müssen jetzt wieder auf die andere Seite. Ah. Los. Erstmal alles hier voll spritzen. Schön. Ja, wunderbar. So, gut, 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 gut. Hier auch nochmal alles voll Licht machen. Hier ist ja alles schon wieder dunkel. Klack, da drückt er den Schalter um. Und nun? Ah. Meine lieben Freunde, wir sind gnadenlos und super gut. Dankeschön. Werte Herr Flurus. Wir brauchen immer noch Licht. Hier, Licht, 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 Licht. So, diesmal merken. Loch. Gut. So, geschafft. Ähm. Ach ja. Dunkle Energie. Die Nischen dieser einzigen Art Ningen, um dem scheinen die hiesigen Flurus zu zweit in Richtung zu ihrer Anpassung gezwungen zu haben. Die neue Spezius Dunkle Flurus ist das logische Gegenstück zu den hellen Flurus. Sie müssen den Lichtern kommen, um zu überleben. Die scheinbar endlose Novität der Änderung, die ich überall bei dem Flurus erlebt habe. So, ich will wieder hier Zeug haben. So, ich will wieder hier Zeug haben. Gib mir Zeug. Und was ist denn jetzt los hier? Und was ist denn jetzt los hier? Was ist denn? Was ist denn Erdbeben das? Okay, also irgendwie... Vielleicht, wenn wir weiter weg kommen, vielleicht hört das ja automatisch auf. Oh oh. Aua. Okay, damit hat das Sohn sich schon erledigt. Boah, war das laut. Oh, ist das mega laut gewesen. So. Okay, da kommt man gar nicht weiter. Wo kommt man hier denn nirgendswo gut? So, dann weiter hier runter. Ach so ist das. Oh, ne, nicht mit Wasser. Wasser bringt uns in diesem Fall nix. Oh, armes Floro. Dunkelheit. Du weißt nicht, was du tun sollst, ne? Das war's. Florotod. Und wir können hier schön weiter. Dankeschön für den grünen Klipper. Wie geil das doch aussieht hier. Blub. So. Da will ich gar nicht weiter. Ich weiß doch, was passiert. Ach, und das ist ein Lichtflug. Der freut sich über Licht. Aber ich kann dir nicht sagen. Ne, jetzt geht's nicht. Boom, boom. Boom. Ne, das geht nicht. Auf keinen Fall. Hey, wir leben doch noch. Oh. Verdammt. Wir leben ja noch. Gut, müssen wir anders da machen. Aber wie soll ich denn das Licht da ausmachen? Wie mache ich das Licht dort aus? Licht dort aus. Was ist mir denn da? Nix. Haas, Johann auf. Wunderbar. Zack, weg damit. Ähm, da ist auch nix. Oh, da entsteht dann ein Fluoroline. Das voll auf Dunkelheit steht. Und das müssen wir wahrscheinlich irgendwo hin hetzen. Und wie es scheint, nach oben. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ja, nach oben. Oh, guck mal. Helligkeit. Oh, Licht, Licht, Licht. Licht. Guck mal, Licht. Schnell, fliehe. Ja.